Wie poste ich ein Video auf Instagram vom PC aus? Vielleicht möchten einige Benutzer die Instagram-Anwendung auf ihrem Mobiltelefon verwenden, anstatt sie auf ihrem Computer zu verwenden, und möchten ein Video auf ihr Konto hochladen. Normalerweise tun Benutzer dies, um mehr Publikum anzuziehen und sich auch besser mit ihren Followern zu verbinden. Gehen Sie dazu auf die Website von Instagram und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Klicken Sie dann auf diese Option aus den Optionen auf der linken Seite. Klicken Sie auf die blaue Option in der Mitte der Seite. Sie können das Video auch per Drag & Drop auf diese Seite ziehen. Ich klicke auf diese Option. Dann können Sie dieses Video aus diesem Abschnitt auswählen. Wählen Sie nun die Abmessungen des Videos aus diesem Abschnitt aus. Ich klicke auf diese Option. Klicken Sie dann auf diese Option. In diesem Abschnitt können Sie auch das Startbild des Videos auswählen. In diesem Abschnitt können Sie es ändern und seine Zeit verkürzen. Klicken Sie auf die blaue Option. Wählen Sie auch hier, wie bei einem normalen Beitrag, den Text dafür aus. Sie können hier auch alle Arten von Anpassungen vornehmen. Schließe oder öffne beispielsweise seine Kommentare oder füge einen Standort hinzu oder markiere jemanden in diesem Video. Klicken Sie danach auf die blaue Option und warten Sie, bis das Video geladen ist. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen.